Hast du gewusst, dass wenn du dir einen Spaghetti-Kürbis schnappst, ihn aushüllst und mit Öl bestreißt, dann in den Backofen gibst und anschließend mit einer Gabel das Innere herauskratzt, dann Zwiebeln und Spinat in einer Pfanne anschwitzt, mit Löwenanteil, Sweet Chili und Frischkäse unterrührst, mit Gewürzen abschmeckst, dann das Ganze in den fertigen Spaghetti-Kürbis gibst, mit Feta und Kresse topst und alles miteinander vermischt, du dieses leckere Sweet Chili Spaghetti-Kürbis-Gericht bekommst?